Wow, schon gehört? Am 22. April drehen sich von 11 bis 17 Uhr in der Hagener Stadthalle alles rund um Hunde und andere Haustiere. Viele Händler bieten Futter und Zubehör für Hund- und Haustier zu Messepreisen an, an Infoständen stellen Vereine und Dienstleister sichern ihre Angebote vor und auf der Bühne ist den ganzen Tag was los. Fünftige Trainerin Judith Scholz zeigt, was ihre tierischen Clubstars alles können, Chiara Burkhardt zeigt eine Pony-Dressur der etwas anderen Art und die Gewinnerin des Doglife-Multitalents vom vergangenen Jahr, Lea Koslowski, zeigt live ihre einmalige Show. Dazu gibt es viele kostenlose Seminare zu interessanten Themen, Talent-Lettbewerbe, Aktionen, Kanin-Hop, Papageien, Hunde und eine tierisch tolle Betreuung für die kleineren Besucher. Du weißt nicht, was Kanin-Hop ist? Dann komm vorbei, 22. April ab 11 Uhr in die Hagener Stadthalle.